Und dann überlegen wir uns, was wir bei Klim machen. Irgendwas mit Diorit, äh, Diorit. Das ist Diorit, oder? Ja, ja. Nehmen wir einfach ein Stack Diorit für Klim. So, ich hab jetzt alles, wir können für Klim die Überraschung machen. Ich muss Gas geben. Los, bevor Klim kommt. Ja, ich bin dabei, Leute, macht keinen Stress, sonst kann ich mir in die Hose. Und das stinkt dann wieder so. Alter. Steffi nicht verraten, wie mein, wie mein Zeug stinkt. Ich glaub, das war kein Geheimnis. Ja, sie kommen. Sie kommen! Hallo. Greif mich an, Alter. Auch. Hä, was ist mit denen los? Sehen die mich nicht? Ja, jetzt geht's los, ja. Wir farmen Gold. Für Club. Und dann lässt du es für ihn Gold regnen. Ja. Geil. Weil, das ist auch gut, das ist keine Sau auf dem Server, so kann ich gut farmen. Überragend. So, wir gehen jetzt mal runter und gucken, ob ein bisschen was beisammen kam. Oh ja, ein bisschen. Ja, aber es reicht nicht, um was krasses damit zu machen, ne? Ja, jetzt kam nichts mehr, ne? Ja, komm, wir bauen ihm jetzt einfach das da in Diorit ein. Das reicht. Der wird sich darüber freuen, weil es ist nicht mehr viel Zeit. Dann kommt der online, glaub ich. Wie geil ist das? Wo kann ich das bei Clim am besten platzieren? Das Diorite? Da hinten beim Beaten, ne? Man fragt sich, warum der Beaten nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort, ne? Nein. Ich glaub, hier, oder? Oi, 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 oi. Hier nicht. Oben. Ah, hier den Raum kenn ich. Ja, welchen, was benutzt er denn oft? Oben bei seinem Bett. Wär auch ne Idee. Ja, ich mach's bei seinem Bett, glaub ich. Ne, hier. Ich brauch noch ein Schild, scheiße. Du hast noch ne halbe Stunde. Ja, ja, ein Schild müssen wir noch hinbauen. Und jetzt muss ich kurz zu seinem Lager, weil ich brauch Holz, beziehungsweise Schilder. Die gibt's hier, nice. Ähm, Stick. So, die Frage ist halt, von welcher Seite kommt der hoch? Wann mal. Alla! Ich das hasse. Ähm. Ich mach hier einfach so hin. Wann mal. So, da hinten wird er bestimmt nicht hochkommen. Machen wir noch da eins zwischen rein, ne? So. So. Das hätten wir. Ich will jetzt an der Stelle übrigens sagen, das war sozusagen die Folge beenden. Dann. Vielen Dank.